Ich bin der Allerbeste, hab keinen Punkt verloren, bekomm trotzdem nur vier toten Köpfe, was du darfst. Der Strom war kein Problem, ich bezahle ja meine Rechnungen immer brav. Deswegen hab ich genug Strom und kann's mir leisten, auch mal ein Level zu verkacken. Was aber nicht passieren wird, dass ich bin super cool. Hab nur 15 toten Köpfe, das weiß ich doch nicht und versere das mal, obwohl ich's eigentlich nicht brauche. Größere Reichweite ist doch mal schön. Die Schubfalle. Stelle Schubfalle an Wand, Ork läuft daneben, Schubfalle fährt raus, schubst Ork weg. Das ist Schubfalle. Ich hab eine Neid für das und 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 das. ich bin nur Schwachköpfe wo war er sich schon dass viele Kriegsmagier im Kampf gefallen sind wie viele von uns wohl noch da sind um die Festungen zu schützen Gerüchte besagen auch dass ich der allerbeste Mensch auf der Welt bin und die Gerüchte haben recht äh wo kommt ihr denn her und vor allen Dingen wo geht ihr ach ja natürlich was du auch sonst scheiße fuck I mean fuck scheiße blum 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 gucken ich guck mal wie weit die Schubsfalle reicht ganz klassisch ok ich probiere es einfach mal mit der Schubsfalle hier hier das müsste ja gehen einigermaßen ja hört auf zu klopfen ich mache gleich auf ja immer schön immer schön geordnet meine Herren gibt's Oberfrauen? Es gibt keine Oberfrauen. Oberfrauen sind eine Legende, ein Gerücht ein Mythos der nicht sein kann muss an der Wand platziert was ist denn da sonst wenn nicht Wand ist Wand Schnauze ich will mir um dieses Areal hier keine Sorgen machen müssen und deswegen pack ich da mega viel Zeug hin und sie kommen natürlich genau da nicht durch wow ja das war mir schon klar dass das passieren würde das wird mir mehr wehtun als Sie ach nein andersrum ja kann sagen so ping pong das hat sich ja weh getan das ist ja jetzt schon das ist ja nichts wird das ist ja das Problem jetzt nicht mit den ganzen Schmerzen und so ich kann mich schon wieder verkaufen warum mache ich das denn nicht scheiße ey scheiße ey naja jetzt gerade nicht unbedingt dass ich hier gerade ganz schön lang gemacht werde okay das heißt nächste Runde werden sie wahrscheinlich von der Seite kommen sie klöpfen schon ganz freundlich das heißt ich werde erst mal diese Scheiße verkaufen hier zack 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 okay und dann platziere ich da oben Bogenschützen yay weil Bogenschützen sind super nennt mir ein Ziel mein Bogen ist euer nennt mir ein Ziel nennt mir eine Richtung ein Ziel eine Richtung ein Weg ich diene dem Orden ich diene dem Orden nennt mir eine Richtung nein warte du dienst mir nicht den Orden nicht den Orden du nix als ich und allein mir deinem Herren und wage es nicht etwas falsches zu behaupten denn dann wirst du ein jedes und schmerzvolles Ende finden ich muss sagen im Orksmaster H2 war wesentlich leichter auch im äh Kriegsmagier Modus trotzdem wehen sich leichter das ist schon in äh ne andere Liga auf jeden Fall Deine Füße tun wehen was kann ich dafür? auf deinen Körper gezielt nicht auf deine Füße auf deinen Torso so aus der Wäsch gibt ja hier leider auch keine guten äh Magie Waffen leider Gottes leider Gottes weil ich so krass an Gott glaube und so deswegen leider Gottes das letzte was du je sehen wirst ähm ich überleg grad was ich jetzt mache diese Stelle hier ist auf jeden Fall am wenigsten gut geschützt das heißt ich haue da noch ein bisschen Stachel Power rein ein kleines Geschenk für dich und für dich auch und noch einen Ritter weil der kostet nur 500 und ich hab gerade mal noch so die Kohle dafür so so und der kann ja muss er vorhin platzieren dann ist mir schon klar tut 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 aber der müsste hier irgendwo hin passen habt ihr mal einen kleinen Platz für den kleinen Ritter hier etwas ist im Weg nein man jetzt stell ihn noch da hier irgendwo hin kann er hier warte mal warte mal warte mal ja mein Bogen ist teuer ja dann schmeiß ihn mal rüber ne mach nicht du brauchst ihn du brauchst ihn für dieses Gefecht jetzt ein Pfeilhagel der keinen gleichen kennt wird auf euch herniederregnen der seines gleichen sucht vielleicht das ist echt ey uncool Dagger das ist echt uncool verdammelt man warum nicht ist das dagegen wirklich bist du da um verspottet zu werden also während du verspottet also während du verspottet oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein ihr werdet ganz schnell mal verschwinden hier ja ihr Säcke ihr befehlst nicht das du trotz ey was oder selbst ein idiot gibt ja andere idioten gefehle was für idioten nein musst du nicht alles ist cool ja sie sind auf der treppe und sie sind da und da aber es ist mir egal Ich bin cooler und ich kann die Arifab machen. Lasst auch fein auf und lauft möglicherweise einfach direkt rein, weil es irgendwie cool ist oder so. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich verstehe keine Orks. Oh, schon wieder die. Ihr nervt. Habt ihr euch das schon mal überlebt? Dass ihr vielleicht total nervensegen sein könntet? Das ist bestimmt noch nie in den Sinn gekommen, was? Aber es ist so. Es stimmt. Wenn jemand was anderes braucht, dann lügt er. Oder sie. Oder es. Freihagel da, aber nicht Freihagel hier. Ja. Quadratisch. Praktisch. Gut. Oh. Ähm. Hä? Ist er da durch? Nein. Doch! Woah! 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 Hey Leute! Und mit dieser Niederlage verabschiede ich mich erstmal. Das war der Weg, wie du es nicht tun solltest. Und im nächsten Mal zeige ich euch der Weg, wie du es richtig machst. Also. Bis dann Leute. Ciao!